Wir sind der FC Reha-Polt 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 Ja, ich bin jetzt! Ja! Ja, ich bin jetzt! Ja, ich bin jetzt! Ja, ich bin jetzt! Fahne, ich bin jetzt! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Geil! Jetzt Heuer mit der Nummer 10 vom Feld, neuer Bay, die Nummer 14, Christian Colt Sievers. Hey! 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 Die Nummer 83. Spielminute. Weiterer Wechsel bei unserem FC Reha-Puls. Vom Feld geht unsere Nummer 19, Steffen Maas. Neu dabei die Nummer 22, Steffen Oft. Tja, das war das Schlusspfiff. Mit 3 zu 0 gewinnen unsere Kicker vom FC Reha-Puls gegen die Kaltenkirchener TS. Und die Tore waren zweimal unser Kapitän André Albers und dann noch Lasse Dau. Ein sehr erfolgreiches Wochenende für den FC Reha-Puls. Bereits am Freitag gewann unsere dritte Mannschaft mit 4 zu 1. Unsere zweite Mannschaft holte einen Punkt in Wellenkamp und spielte 2 zu 2. Heute Abend gibt es ordentlich was zu feiern. Hier in Reha findet der Feuerwehrball statt und der SV Puls ist in Lof zu Gast und feiert dort seinen Kameradschaftsabend. Allen viel Spaß, einen schönen Ausnüchterungssonntag. Bis dann. Ciao.